Heute wird ein Museum eröffnet, das Situative Brachland Museum Bochum. Das wird eröffnet mit der Ausstellung Kunstwerke werfen. 48 Künstler aus Deutschland, aber auch anderen Ländern haben Kunstwerke gestiftet, speziell für diese Gelegenheit auch hergestellt, die über den Zaun geworfen werden. Je nachdem, welche Seite beim Aufprall erscheint, ist eine andere Bedeutung plötzlich da. Wir gucken mal.